Ich bin's wieder, eure Luisa, mit meiner Sendung bei SAEK Radio Campus 2019. Hängt ihr auch gerade bei Instagram ab, dann seid ihr hier genau richtig, denn darum geht es unter anderem heute bei mir. Ich hatte die Gelegenheit, Nora Scholz kennenzulernen. Sie ist seit sechs Jahren Social Media Managerin bei Radio PSR. Ja, seid nicht enttäuscht, wenn ihr kein Instagram habt, denn ihr findet sie auch auf Facebook, TikTok und YouTube. Dann hör mir doch mal, wie ihr Arbeitsalltag aussieht. Also ich bin dafür zuständig, mir immer so lustige Sachen, die so im Internet rumfliegen, bei Instagram oder bei Facebook auszudenken, lustige Videos, lustige Bilder. Und dann erstelle ich die, poste die und lasse die Hörer oder die Follower immer an den Bildern hinter den Kulissen teilhaben. Welche Fähigkeiten brauchen wir jetzt für den Beruf? Man muss sehr, sehr kreativ sein und vor allem flexibel. Also ich habe jetzt keine klassischen Arbeitszeiten, wie das vielleicht in manchem Büro irgendwie der Fall ist, sondern da kommen halt manchmal auch abends um zehn. Wenn jetzt zum Beispiel, man hat gesagt, ein Künstler gestorben ist, muss ich halt sofort meinen Laptop aufklappen, muss dazu eine Meldung verfassen und die online stellen. Und deswegen muss man sehr flexibel sein, halt sehr lustig, kreativ, weil die Leute wollen meistens irgendwas Lustiges im Internet sehen. Und ansonsten offen. Was ist das Tolle an deinem Beruf? Das Tolle an meinem Beruf ist, dass ich eigentlich keinen Tag wie den anderen habe, sondern ich komme viel rum. Nächste Woche zum Beispiel mache ich ein Video in Dresden, wie man E-Roller fährt, weil das ja jetzt ganz viele machen. Oder ich bin schon mal auf dem Windrad geklettert, weil da waren wir bei ganz verrückten Berufen in Sachsen, zum Beispiel Windradinstallateure. Naja, und da komme ich immer relativ gut rum. Gibt es Dinge, die du an deinem Beruf nicht magst? Nö, also ich mag es natürlich nicht, wenn die Leute irgendwie im Internet blöde Kommentare lassen, irgendwie so rumhaten und pöbeln. Das ist nicht so cool, aber ich bin halt sehr frech und antworte denen dann auch entsprechend. Machst du alle Bilder selbst? Ja, also man muss unterscheiden in Grafiken, also irgendwelche Bilder, wo lustige Sprüche drauf sind, die mache ich alle selbst. Und die Fotos würde ich jetzt mal sagen 90 Prozent auch. Also ich mache das nur ich und wenn ich mal krank bin, macht es halt jemand anderes. Veröffentlicht ihr eigentlich auch Bilder von Zuhörern? Ja, bei Instagram. Da kann man uns einfach markieren oder verlinken. So zum Beispiel bei Naturbildern von Sachsen. Ich poste immer gerne mal so einen Eindruck aus Sachsen, wie ein schöner Sonnenaufgang über Leipzig. Und das kann man uns schicken und dann posten wir das auch. Bist du auch privat auf Social Media unterwegs? Ja, sehr. Also ich habe insgesamt, glaube ich, fünf oder sechs Instagram-Kanäle. Mein erfolgreichster ist mein Reisekanal. Also ich verreise sehr viel und auf dem habe ich, glaube ich, 9000 Follower. Das ist so der erfolgreichste von allen. Das war Nora Scholz. Wie ihr gehört habt, ist sie auch privat auf Social Media sehr aktiv. So Leute, das war es von meiner Seite her. Bleibt wie ihr seid. Tschüss.